Gehen wir zum Fluss. Besser als mein Plan. Was war das? Ich hatte keinen. Oh man, wir sind echt weit gekommen hier. Aber immer noch das Gute, ich habe jetzt wieder Granatwerfer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, Kevin. Sieht man ja die ganze Zeit schon, wie gut es ist, dass du die hast. Ey, der hat uns schon in einigen Situationen geholfen. Lade nach! Wie der? Ach genau. Warum laufe ich eigentlich immer ums Eck und... Warum liegst denn du jetzt am Boden? Uiuiuiui. Ja, bitte, Bubi. Hey, Bill, verarzte dich besser. Nein! Nein! Ah, hol das Ding! Ah, hol das Ding! Befrei! Weg davon! Ah! Weg damit! Hier gibt's Waffen! Leide nach! Warum haben wir alle schon wieder so wenig Leben? Ja, ich hing gerade deine Zunge und du wurdest vom Charter niedergemetzelt. Ja. Das ist die Antwort. Oh, ihr kommt von hier. Äh, ich war ja noch hinten. Was? Ja, jetzt. Geht's nicht so lang? Oje Da liegt nochmal ne Rohrbombe drin Wo ging's denn hier weiter? Da ist ein Molly drin Hier durch die Tür Das ist ne Kettensäge Ich hab hinter dir ist ein Charger Jetzt ein Defi Oh ja den kann ich mitnehmen Kann ich mich selber wieder belegen? Nein Ich darf verlassen dass deine Teammitglieder kommen Also nicht Also nicht Richtig Uh hier ist Brandfässer Ja die brauchen wir hier vorne Kannst gar nichts mitbringen da rein Weißt du das ist ein Jockey Jetzt nicht mehr Oh ich häng schon wieder an der Zunge Halt stimmen Danke Ich seh es leider nur noch in Schwarz-Weiß Deswegen ist das nicht so deutlich ersichtlich Ich werde sterben Das ist vollkommen korrekt Oh Halt durch Das hier hilft Danke Vorhin lag da noch das Kit an der Wärts nicht mehr Ich nehm Molly Da unten liegt auch noch mal ein Medikit Waffen auf den Tisch Ach mann Hier gibt's Waffen Ich hab's aufgenommen Hier gibt's Band Munition Aha Vorsicht Munition Ah 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 Vorsicht Ah 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 So Diesmal guck mir klar dass er voll durchkommen Hier kann ich nicht wahr sein Nein ich Was? Was hat das jetzt schon wieder? Ah ich glaub das war Der muss nie Park Genau der Der war ein Gegner Ja ja Und dein Kumpel Aber egal Ich hab halt nur einen Granatwerfer Ja dann schieß halt nicht und sag ihm dass da was neben ihm ist Erst zum Schutzraum Nein, Chocke! Ja, ich bin nur hier vorgelaufen, um den Durchgang wieder zuzumachen, deswegen... Ich hab nicht ganz verstanden, warum ihr jetzt da nicht mitgekommen seid, weil vorher hat das ja auch gut geklappt, aber... Ja, genau, ich bin vorne Ich brauche Hilfe! Ich brauche hier Unterstützung! Ich liege doch hier vorne! Ja... Sarah hat so viele um sich rum und da kommen immer mehr Ich bräuchte hier mal Hilfe! Und tschüss! Ich brauche dringend Hilfe! Auaaa Ja, nicht aber! Dann hätte ich den Charger nicht erledigt! Welcher Charger? Hier kommt kein Charger Der Charger, der dich vorhin halb vorge... Natürlich, der war da unten! Ich habe ja schon auf den geschossen, aber ich habe ihn nicht ganz getroffen Oh! Und dann platziert er dich umgenietet! Ah! Guck mal, ob wir ihn diesmal finden! Super Sache! Charger! Hm! Wieso habe ich das Gefühl, da hat mir jemand nicht zugehört? Ja gut, dann können wir jetzt auch gehen Weil der Jar Jar war das Größte, was da unten abhängt Mann, 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 hey Oh, Muni 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 aber wir stehen das hier hilft ja klar wenn wirklich ich vom letzten schlag das halte ich nicht voll aber 82 schon relativ viel soll jetzt durchlaufen bis hinten okay ach genau wir laufen mal durch und locken den eingang oder ich glaube dann sind es wieder viele ach den durchgang hierzu ich kann meinen Mund brüßlich gräben hier pass auf wo du hinziehst jetzt könnt ihr euch da auf normale Pistolen und die vordere Reihe duckt sich vielleicht dann wird es nicht gleich angeschossen also und wo 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 mit ich bin ja und Kevin was machst du ich hole mir schnell eine Waffe super ich nehme einfach die Pistole hab keine Er war in 5 vorbeigelaufen, er hat nicht dran gedacht eine mitzunehmen. Nein ich hab ne Machete als Laufen darum. Oh Mann wir können das zu zweit nicht halten, sorry. Ja das wars halt wieder. Ja was soll ich machen wenn du Machete bewaffnest? Ja am Anfang des Spiels eine mitnehmen. Und nicht einfach an mir vorbeilaufen und mich liegen lassen. Ja da sollten es vielleicht Gegner erstmal um die ich mich kümmern sollte. Ja macht schon Sinn ein bisschen. Da vorne liegt bestimmt gleich einer. Ist jetzt schon vor gelaufen oder nicht? Ja ne ok. Ubi das wird nix. Noch 2 HP. Hier. Achtung! Granaten! Die Lunte brennt! Lade nach! Lade nach! Ich will dann mal langsam vor gehen. Also weiter vor. Aber bleib mal hinten. Kevin hast ja doch ne Waffe. Achtet ihr hören Muni. Ich war erst hin am Langlehold. Achso. Ich hab nur noch 50 Schuss in dieser Ficken. Ja bei mir auch noch 13. Ja deswegen schieße ich mir auf die Stunde hin. Ja deswegen schieße ich mir auf die Stunde hin. Ach mann. Direkt vorm Loch liege ich. Da liegen wir beide. Kevin drehe ich mal um. Ja. Da ist es vielleicht Monster. Undschuldigung. Oh jetzt bin ich in der Zunge. Hilfe! Ach. Ach. Aber ich glaube fast der richtige Weg ist einfach durchlaufen. Aber so schnell wie die respawnen. Los. Gehen wir zum Fluss. Klar. Warum nicht. Aber bis dieses Gebäude kamen wir eigentlich gar nicht so schlecht fand ich. Ja. Dann nimmt sich jetzt jeder bitte eine Pistole mit. Gibt's keine Pistole wenn ihr euch mal umschaut. Ja da liegen auf dem Weg bestimmt welche. Hauptsache mal reden. Du kannst mir nicht sagen dass hier auf dem ganzen Weg nicht eine Pistole gelegen haben soll. Du kannst mir einfach einen schweigen recherchechschalzen. Du kannst mir was spellsbeORD erstmals welches Sauber ist zu veranderen. Aber dann haben wir die richtige Lage Bronze Einwachen gesagt. Speichern. Youtube blöber? Ja. B Du bist aber auch die Sevenoferenz Gäule. Wo ist eigentlich der Charge noch? Wo? Oh, hell. und Und Chris hat eigentlich Kevin als Nahcamp so nicht so viel Schaden, aber ich krieg so viele. Uuuu, da kommt ein großer Tank. Das ist wirklich Skills, weißt du. Wo? Hier hinten. Oh, ich steh halt wieder voll. Down. Hey Bill, verabschte dich besser. Hey Bill, verabschte dich. Warum eigentlich? Oh Mann, Charger. Oh Mann, verabschte dich besser. Oh nein, jetzt geht's Bill! Hier gibt's Waffen! Doch nicht Bill, verabschte dich! Uh, ich hab den Errungen geschafft da. Er legt ein Medikit, wo ist, achso, das ist, äh. So, willkommen zurück. Hat's ja richtig gelohnt, allerdings, diesmal. Ja, ausnahmsweise mal. Ja. 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 Biffy! Achtung mal, wer hittet das bitte? Bitte? Wer hat jetzt gerade das Medikit wo da lag weggenommen? Brauchst du? Oh bitte Danke Die Granate ist genial Da liegt übrigens ne Pistole, Kollege Hm Ich scheiß auf die Pistole Wenn du gleich nochmal zurück rennst um dir ne Waffe zu holen Ich raste aus Nö, deswegen kämpf ich schon die ganze Zeit nur mit der Machete Ok Jetzt hab ich meine ganzen Granatwerferschüsse noch für die ganzen Massen dann Ok Dann machen wir es trotzdem wieder durchlaufen bis dahinten und den Gang clearn, oder? Ja Alles andere macht glaub ich gar keinen Sinn Ne, ich find das macht eher, weil hier können wir sie wirklich schön abschlachten Wenn die da durchlaufen Kann ich auch die Pistole nehmen, Kevin, die Granaten dir aufgeben Er hat ja keine Achso, du hast ja keine Wenn ich da durch rein bringe mit der Pistole überhaupt nichts Ja, es halt wunderbar funktioniert drei Dinger weit Ja und trotzdem ist der mit dem Machete am längsten am Leben gewesen Du bist der Beste von uns Ich bin langsam mal im Platz irgendwie auf eine Seite Ich bin langsam mal im Platz irgendwie auf eine Seite Das zeichert ihr nicht nehmen dann ja Ich bin langsam mal im Platz irgendwie ab Da vorne ist es schon, oder wie? Ja. Ach, jetzt leck mich doch! Kann man versuchen weiterzulaufen, oder? Ja, ja. Immer weiter. Treppe hoch, oder wie? Oder treppe runter? Ja, ich denk schon. Juhu! Oh, jetzt leckt mich doch! So, ich weiß, wo geht's denn lang? Da oben. Ich hätte jetzt gesagt, war das über die Däche, oder nicht? Über die Treppe, ja. Über diese Leiter. Ich hab nur 4 HP. Geht schon wieder gar nix mehr. Ja, scheiße, Hunter. Einmal umdrehen, bitte. Scheiße, erwischt! Vorsicht! Okay, egal. Lauf weiter. Lauf weiter, Marvin. Ich glaub, das killt. Oder auch nicht. Danke. Ich hab eh nur noch 2 HP, also von dem. Einmal umdrehen, oder? Hilfe! Ich hab das nicht mehr raus! Ich hab das nicht mehr raus, wenn man sich nicht mehr rauskommt. Ich hab das nicht mehr rauskommt. Nein, Schocki! Mann! Kurz vor dem Safe-Raum! Nein! Ah! Schaffst du's? Ich schaff's schon! Na komm weiter! Nein! Dude, seriously? Es bringt mich um! Hilf mir, oder? Ach du Scheiße! Verdammt! Oh mein Gott, ist das peinlich! Ich hab gerade gesagt, wir sollen wieder rausgehen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Huh!